Jilavogu als Backbone hat mir nicht so gefallen. Rüdiger werden wir gar nicht los, irgendwie habe ich das Gefühl, obwohl ich den für 1.8 gekauft habe. Hey Freunde, willkommen bei einer neuen Folge von FIFA 17 Ultimate Team. Ich wollte mal in dieser Folge kurz mein aktuelles Team vorstellen, weil wir können heute gerade keine Partie machen. Das Einsteigen in eine Partie ist vorübergehend deaktiviert. Entschuldigung, dies sollte in Kürze wieder möglich sein. Ich hänge hier schon seit einer halben Stunde und ja, es geht gar nichts. Ich habe mir ein paar neue Spieler gekauft. Ich denke mal, ihr seht schon ein paar neue Gesichter. Das ist einmal hier Rode, den habe ich aber schon in der letzten Folge spielen lassen. Dann habe ich mir Timo Werner als Hunter geholt. Der hat jetzt 99 Beschleunigung und 99 Tempo und ich glaube 80 Schießen oder sowas. Also der müsste richtig gut abgehen mit 41 Verträgen sogar. Nice, gut. Den Drogba habe ich auf Transferliste getan und noch ein paar andere Spieler. Und habe mir noch den Brosinski von Mainz 05 geholt. Rechtsaußen als Verteidiger, weil wir müssen mal jetzt langsam hier den Smolnikov und den Pereira, den haben wir ja schon auf die Transferliste getan. Ja, müssen langsam aber sicher mal ein bisschen umbauen. Der hat 40 Verträge, nice. Den können wir direkt mal auch in die Mannschaft bringen. Und Taizan müssen wir leider auch auswechseln. Da habe ich schon ein paar Kandidaten im Blick. Das sollte eigentlich mal so höchstwahrscheinlich Chantalolo werden von Bayern 04 Leverkusen. Ich habe den auch schon hier auf die Kandidatenliste gestellt. Ich gucke mal, ob das so machbar ist und was wir noch für Spieler kriegen können. Es sind nämlich einige interessante Spieler dabei. Und ich sehe gerade, der Dembélé ist für 1,7 weggegangen. Und ich habe dir diesen Dembélé hier im Kopf. Der Netsch auch eigentlich... Ah Mann, der wurde für 1,7 gekauft mit 10 Verträgen. Und der hat hier 58 Verträge auch als Engine. Weil als Engine macht das schon am meisten Sinn. Hier, Maestro macht bei Chantaloglo, glaube ich, schon am meisten Sinn. Weil der hat dann Dribbeln, Schießen und Passen. Obwohl vielleicht für den auch Schießen nicht schlecht wäre. Dann hätte der 90 Schießen. Vielleicht Passen und Schießen. Ich weiß jetzt noch nicht so genau, was am besten für den ist. Können wir vielleicht mal irgendwann mal... Anna mal weitig auf den Transfer mal gucken. Und der ist abgelaufen. Und der ist auch abgelaufen. Ja, richtig. Man sieht leider die Chemiestyle nicht mehr, die die haben. Das finde ich ein bisschen blöd. Den Werner habe ich gekauft mit 40 noch was Verträgen für 3.000. Und hier, der läuft zum Beispiel noch 3,5 Stunden. Und ist schon bei 2,8. Ich bin mal gespannt, wie viel der weggeht. Der scheint ja richtig teuer zu sein. Ich glaube, das liegt aber auch an der Schnelligkeit von dem. Diese 90 plus bei Hunter 99. Insgesamt dann. Schanaloge hier, Schießen und Passen. Der wäre auch nicht desinteressant. Desinteressant, was für ein dummes Wort. Der wäre eigentlich auch interessant für 2.000 Startpreis. Aber den Belay hätte ich schon gerne für Außen. Ob jetzt... Ja, RM ist der. Ich glaube, den kann man auch auf LM umrüsten. Beziehungsweise umschulen. Müssen wir mal gucken, wie wir das am besten hinkriegen. Angeboten habe ich diese neun Spieler, die ich gerne loswerden will. Vielleicht kauft die mir ja einer ab. Gomez war dabei, wie ihr seht. Zweite Seite haben wir nichts. Okay, Gomez für 900 Startpreis. Sofortkauf 1,8. Mit Finisher als Chemie-Style. Dann den Pereira. Den mussten wir jetzt endlich mal loswerden. Der hat echt gute Dienste geleistet als Basic. Beziehungsweise Basic. Azu müssen wir mal loswerden. Chilavogu als Backbone. Hat mir nicht so gefallen. Rüdiger werden wir gar nicht los. Irgendwie habe ich das Gefühl, bevor ich den für 1,8 gekauft habe. Aber das ist nur der Basis-Rüdiger. Kolasinac auch im Basic-Style. Und Drogba als Finisher mit ordentlich vielen Verträgen. 16. Und der Trab hat auch viele Verträge. Ich glaube, ich habe den sogar für 1,2 gekauft. Ohne Verträge. Und jetzt kriege ich den mit guten, vielen Verträgen für 1,2 nicht weg. Also das ist manchmal echt frustrierend. Bender als Powerhouse. Defense und Passen hat der. Kriege ich auch nicht weg. Ich weiß nicht. Wenn ich die alle verkaufen würde, hätte ich bestimmt mal fast 10.000 Münzen. Das ist blöd. Ich weiß. Ich weiß. Ansonsten habe ich hier noch sehr, sehr viele Sachen, die ich gerne mal irgendwann öffnen würden würde. Und ich gucke mal kurz. Warte mal. Wir können mal kurz hier mal eine kleine Statistik gucken. Die Top-Spieler vom Verein. Was sind die Top-Spieler? Taizong. Mit 96 gespielt. 34 Tore. 23 Vorlagen. Wow. Wow. Die Davi kommt als zweites. Ich meine, obwohl, obwohl, doch, das müsste eine Rangfolge haben. 80 gespielt. Einen Se... Ne, Quatsch. Insgesamt 80. Ah, was zählt der denn? Was zählt der denn mit? Gespielt? Ach so. Das ist die Stärke von dem. Ah, okay. Ich habe gerade überlegt. Wir haben Taizong als Sniper. Der bringt uns allerdings gar nichts, weil der gar nicht mit unserem Team harmonieren kann. Ja, die Davi. 32 Tore in 61 Spielen ist natürlich eine supergeile Bilanz. Also jedes zweite Spiel schießt er ein Tor. Vorland auch eigentlich gut. 5,3 Spiele, 20 Tore. Lässt sich eigentlich auch gar nichts zu sagen. Hernandez ist dann schon wieder ein bisschen abgeschlagen mit nur 34 Spielen und 16 Toren. Allerdings auch 6 Vorlagen. Aber da ist der Vorland deutlich besser. Weiß gar nicht warum. Das ist mir echt ein Rätsel. Guck mal her. Von den Werten her ist er deutlich schlechter. Aber schießt viel mehr Tore. Ja, Sokrates. Hier müssten eigentlich nochmal ein paar Leute kommen. Ein paar gute Leute. Ich habe vergessen, mein Handy leise zu stellen. Wo sind denn die ganzen Stürmer, die wir haben? Hier. Ach, Werner haben wir noch gar nicht. Wilson? Ach, den können wir doch aussortieren. Die beiden Leute, die sind im Verein. Oh, Fetty. Wer ist das denn? Was ist das denn für ein Fetty? 1,80 ist es der. 98 geboren. Wahnsinn. Müssen wir auf jeden Fall mal schön entsorgen, die Leute. Bellarabi hat auch zwei Tore gemacht. Wow. Aber was ich eigentlich gucken wollte, ist... Was wollte ich gucken? Bestenisten? Nein. Okay, das ist der Striker, mit dem wir oft genug rumgespielt haben. Ich gucke mal. Was? Guckt euch das mal an. Mein Vereinswert. 5,6 Millionen. Kann das sein? Und er hat... Spieleinnahmen. Wie viele Spieleinnahmen hat der? 124.000. Wow. Aber doppelt so hohen Pferd. What the fuck? What the fuck? 18.000 hat der Verkaufserlös. Und wir haben wahrscheinlich nur ganz, ganz kleine Verkaufserlös. Nicht mal... Oh, doch 8.000. Topmannschaft 175. Hat doch immer das sein soll. Und er... Topmannschaft 182. Sind natürlich auch sehr interessante Statistiken. Ich bin eh so ein Statistikfreak, der sich so gerne Sachen anguckt. Allerdings, die Statistik ist ein bisschen traurig für uns in dieser Saison. Weil, ähm... Ja, wir haben ziemlich abgelost in der vierten Saison. Bisher vier Spiele, vier Niederlagen. Das ist sehr, sehr, sehr frustrierend. Und, ähm... Partyspielen können wir ja leider nicht. Können kurz nochmal unseren Saisonverlauf angucken. Da haben wir 11 absolvierte Saisons, 163 Tore. Das heißt 1,57 Tore pro Spiel. Unsere Tordifference ist plus 19. Ist auch nicht so der Knaller gegen Tore insgesamt in... Ähm... Wie viele Spiele... Warte mal. Wie viele Spiele haben wir denn insgesamt? Höhe? Wir haben nur absolvierte Saisons. Also haben wir 110 Saisons. Kann das sein? Kann das sein? Weiß ich nicht. Punkte pro Spiel haben wir. 1,38 ist, ähm... Ja, auch nicht so prickelnd. Ballbesitz 50% und Passgenauigkeit 79%. Sind alles so schon sehr mittlerweile alte Statistiken, weil man spielt, man spielt, man spielt. Und, ja, in der vierten Liga bin ich jetzt angekommen. Ich hoffe, in der nächsten Folge können wir mal ein paar neue Transfers tätigen eventuell. Und mal auch wieder ein neues Spiel beginnen, weil wir müssen ja die vierte Liga mal jetzt hier durchmarschieren. Nach den vier Niederlagen. Nein, Spaß. Wir müssen mal gucken, was wir noch schaffen. Ähm... Wäre gut, wenn wir die vielleicht halten können, damit wir mal ein paar mehr Coins abkassieren. Aber versprechen kann ich da nichts, Freunde. Wir sehen uns aber in der nächsten Folge von FIFA 17 Ultimate Team. Ja, wir sehen uns aber in der nächsten Folge.